Bildschirm, wir begrüßen Sie nun zum zweiten Mal zu unserer Fernsehsendung TSTV. Tja, wie Sie sehen, die frühlingshaften Temperaturen draußen haben auch bei mir was bewirkt. Ich habe mir die Haare etwas kürzen lassen. Da einige Seher sehr aufmerksam letztes Mal zugeschaut haben, werden Sie auch sicher dieses bemerkt haben. Christian, hast du, das ist mein Kollege, Christian, hast du auch irgendwas vom Frühling, irgendwelche Veränderungen, die du aufgrund des Frühlings vorgenommen hast? Das sage ich dir nicht. Ach so, ich dachte so eine Schönheitskurse.